Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 17 von Transport Fieber 2. Wie ihr seht hier, vierspurige Straße. Letztes Mal sind sie hier ganz schön hintereinander hergefahren, wie hier jetzt wahrscheinlich auch. Nein, sie überholen. Wie kommt das denn? Ist ja gar nicht wahr, oder? Oh, der ist gerade zum anderen Auto geworden. Krass. Okay, das ist ja mal eine gute Nachricht, dass es dann doch vielleicht geht, aber unsere Fahrzeuge sind jetzt die langsamen, die hätten wir gar nicht machen brauchen. Hier ist es dann irgendwie wieder so, dass dann eine Pferdekutsche die nächste ist und bringt dann auch nichts. Okay, Städtchen ist hier und wir müssen gucken nach dem Intro, wie wir weiter vorankommen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal. Personen, ja, oh, 67. Vielleicht müssen wir unten doch mal zwei Züge fahren lassen, oder wir müssen den austauschen. Aber haben wir ja schon gemacht, oder nicht? Ne, ist immer noch der Bimbelzug mit 24. Vielleicht müssen wir da mal dran, aber 133, wir brauchen ganz viel Geld dafür, ne? Und einen zweiten shoppen wir auch nicht, glaube ich, oder? Ja, die kostet schon alleine 728 und der hier auch mehr. Ah, hier sind jetzt noch zwei Loks, aber die kosten schon reichlich Geld. Ja, da können wir nicht voran, ne? Das ist schlecht. Die kostet 329, aber wir haben 182, ne. Ich glaube, da brauchen wir noch nicht gucken, das funktioniert noch nicht. Wir müssen erst andere Fahrzeuge bringen, damit das dann klappt, oder? Müssen wir hier noch Kutschen bringen? Wie war denn das mit Überholen? Macht das hier einer? Ne, ne? Da hatten wir ja schon geguckt, das passiert ja irgendwo, aber nicht hier. Gut, äh, hier steht es ja noch, ne? Ja, also da ist genug da und hier hinten, achso, wer mir gerade einfällt. Okay, hier sind Produktion 5, Versand 0. Wo wollen wir denn hier finden? Abnehmer. Belegen Maschinenfabrik. Wollten wir das machen? Könnte sein, ne? Ja, komm, lass uns das mal gucken, dass wir das in den Griff kriegen, ja. Wollen wir hier nicht so ein Ding ins machen? Man sagt schon, äh, ein Depot, eine Station, eine Lkw-Station. Achso, die Straße ist auf der Seite, alles klar. Hat man das nicht mal andersrum hier schon probiert? Und das war ganz billig hier irgendwo. Ah, da war 79. Ich denke, wir machen das mal, oder? Machen wir das? Komm, machen wir. Hat ja anders keinen Sinn. Irgendwie müssen wir da vorankommen, ne? So, dann bedeutet das, wir werden hier einen holen. Kaufen ein Fahrzeug. DMG Cannstatt, Kapazität 5, alle Güter. Fährt schon 25 kmh, das ist schon mal gut. Kostet 40.000, leisten wir uns. Und jetzt müssen wir dieses Fahrzeug auf eine Linie zuweisen, die neu ist. Fährt hier hin und dann da hin, ne? Gut, und das soll er mal immer wieder machen, ne? Ich glaube, da brauchen wir noch nichts einstellen, dann lassen wir einfach so fahren. Beziehungsweise, der fährt ja sogar so schon, ne, oder? Ja, können wir zumachen. Der muss jetzt hier schon rausgefahren sein, oder? Wo ist denn der? Da ist er, oder? Ja, da ist er, oder? Ja, da stehen zwar noch fünf Völzer, aber das passt schon, ne? Pellingen Süd fährt er jetzt hin? Nee, nicht nach Pellingen Süd fahren. Äh. Straßenfahrzeug. Aber wie krieg ich den jetzt gewendet? So ein Shit aber auch. Nee, will ich doch gar nicht. Ich will gar nicht hier, ich will Übersicht, ich will Linie 15 haben. Das Fahrzeug haben und will dann hier sagen, fahr mal woanders lang. Wenden. Pellingen Nord. Das ist richtig, da muss er hin. Und dann müssen wir überlegen, dass wir dann den einen oder anderen noch mehr draufstecken, ne, oder? Und die Maschinenfabrik, was produzierte die? Die macht die Zahnräder. Und wer will die Zahnräder haben? Ah, hier ist noch mehr dran, ne, ne? Bretter wollen die auch noch haben. Was kam denn von da? Da kamen diese Winkeleisen. Die sind da. Das andere sind die, hier, sag schon, die Bretter. Und wo kommen die Bretter weg? Die kommen vom Schemmerhof. Der befindet sich hier. Weit, weit weg. Bringt mir nix. Hallendorf, das war, glaube ich, näher, ne? Bringen wir zu Hallendorf nicht das Holz hin? Ich glaube, ja, ne? Ja, die Holzstämme kommen von da, die produzieren wir. Hier haben wir ja schon auch nirgends dran. Das würde ja bedeuten, dass sich hier ein Kreis schließen kann, indem wir hier ein Fahrzeug draufsetzen und das effektiver nutzen, ne? Die müssen dann da einfahren. Das hört sich nach einem Plan an, oder? Der Plan ist natürlich, dass das mal irgendwann mit der Eisenbahn läuft, ne? Weil, ja, da ist es schlecht, sag ich mal, weil klein klein ist. Aber erstmal machen wir das jetzt so, oder? Fahrzeug kaufen, neue Linie, und der fährt jetzt von hier nach da. und fertig. Müsste wieder hier losgefahren sein. Ne? Oh. Den kriege ich wieder nicht, ne? Jetzt habe ich ihn aber. Verlängung Süd ist diesmal aber richtig, ne? Oder? Ja, diesmal ist das richtig. Aber, ist die Frage, ne, ist nicht richtig. Quatsch. Der muss erst nach Dingens fahren. Nicht nach Pellingen Süd. Wenden. Wieso fährt er immer die gleiche Stelle an? So, Rallendorf Transfer, da soll er hin, das ist richtig. Passt, genau. Er muss ja das Holz hier wegholen, die Holzbretter, und die dann wegbringen. Da sind sie ja, ne? Denke ich. Der Zustand von mehreren Fahrzeugen ist sehr schlecht. Hier ist zum Beispiel einer. Geld, geht. Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Kapazität 6. Das ist, ja, Kutsche, ne? Was haben wir denn hier? 5, okay. Der ist der Diesel. Großstens 38.000, machen wir. Okay, der fährt. Das passt erst mal. Keine Warnung, das ist schön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das natürlich hier so. Das macht Linie 1 mittelmäßig, Linie 2 mittelmäßig, Linie 3 schlecht, schlecht, sehr gut, aber sehr schlecht will ich haben. Okay, das ist die Lok schon auf Linie 4. Ja, hier auf Linie 5 sind dann noch einige Fahrzeuge, die wir verwalten sollten, ne? Vielleicht, wenn wir da alle drei anklicken und dann das machen, was kostet uns der Spaß dann? Oh, hier ist ein neuer Bus. Acht Passagiere. Linie 5. Linie verwalten. Warte, jetzt muss ich mir erst Linie 5 angucken, wo die ist. Da hinten wohl. Na ja. Das ist hier und zwar stehen hier, da stehen Leute nicht für Linie 5, da stehen 13 Leute für Linie 5 und hier stehen 6 Leute für Linie 5 und hier steht niemand für Linie 5. Hm, das bedeutet, Linie verwalten. Ne, Linie verwalten ist falsch. Ne, das ist nicht richtig. Gehen wir nochmal in Linie 5 rein und wir brauchen hier die Fahrzeuge. Fahrzeug verwalten, ne, Bus, aber der kostet 62.000, die wir gerade in diesem Moment nicht haben. Ja, ich würde mal sagen, wir machen eine Kutsche davon weg und die anderen zwei lassen wir fahren. Mit diesem Postbus. Wenn es dann vom Geld her mal klappt, ne. Jetzt steht sie. So, jetzt hätten wir das Geld dafür. Jetzt kaufen wir das. Und jetzt machen wir den zweiten hier. Gleich hier in grün. Fahrzeug wählen. Ne, verwalten. Und den schmeißen wir jetzt auch in den Ring. Und dieses hier wird entfernt. Gewähltes Fahrzeug verkaufen. Ja, was ist jetzt hier passiert? Ach, jetzt habe ich das falsch verkauft, ne. Ja, da werden wir hoffentlich das Geld für gekriegt haben, ne. Okay. Dumm gelaufen. Okay, die fahren jetzt hier die Postbusse. Und hier ist einer. Drei von acht steigen da jetzt ein. Dann haben wir hier hinten. Dann haben wir neun. Okay. Hier stehen tatsächlich jetzt auch einer. Vielleicht ist es jetzt besser, weil der Bus schneller fährt. Kann das sein? Aber ich weiß nicht. Das sieht man hier an der Linie, die sagt schon, alle drei Minuten fährt da einer. Und machen Plus. Okay. Hier fahren wir noch mit irgendwelchen Fahrzeugen rum. Ah, Dampf schon mal. Okay. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir ganz viel Minus. 30.000 Minus. Aber die Linie ist jetzt hier nicht so prickelnd, oder wie sehe ich das? Linie 9. Wo ist denn die Bachstraße? Okay, der ist da. Und wer steht da für Linie 9? Niemand. Aber 47 stehen für die andere Linie da. Krass, oder? Achso, das ging dann nach hier. Und hier ist die andere Haltestelle, wo auch niemand steht in Boffsen. Doch, da stehen neun Stück. Ja, erscheint mir so, als ob hier ein paar viele Kutschen drauf sind. So, da ist dann keiner mehr und die anderen von alle ohne. So, da steigt niemand ein. Fahrzeug verwalten. Vielleicht schmeißen wir das mal auf die grüne Linie. Fahrzeug verwalten. Achso, das müssen wir hier machen und schmeißen das auf Linie 8. Gucken wir mal. Wollen wir hoffen, dass das dann da vielleicht mehr bringt. Auf Linie 8 ist da keiner. Und Linie 8 war hier hinten noch, ne? Hier stehen aber welche. 2, ja, okay. Und 3 intern. Nicht so doller bis jetzt, ne? Gut. Gucken wir mal weiter. Auf Linie 5 sind wir stehen geblieben. Da sind neue Fahrzeuge drauf. Linie 6 ist der zweite Zug. Der ist auch schon uralt. Das ist schlecht. 32 Jahre. Die sind noch frisch auf Linie 8. Hm, Linie 9. Sind alle jung sozusagen. Linie 10. Da fährt die Tram. Die ist mit 28 Jahren unterwegs. Das geht alles hier aber noch, oder? Linie 13, R14, R15 und R16 sind natürlich frische Linien. Da haben wir noch nichts gemacht. Okay. Gut. Was haben wir denn hier für Fahrgastaufkommen bei der roten Linie? Einer, niemand und drei, okay. Jetzt ist die Frage, Kettlers Müde will was haben? Steine und weiß ich, was das andere war. Die wollen hier die Zahnräder haben. Let's, Leitzkau. Und hier nicht. Wer will denn noch hier Zahnräder haben? Hallandorf. Also ich denke mal, irgendwann müssen wir doch hier mal anfangen, die Straße durchzubauen, ne? Die haben hier, das haben wir nicht gebaut. Das ist von der Stadt gebaut worden, ne? Hier durch dieses Tal müssen wir da mal rüber. Auf Dauer. Hier ist er auch schon erweitert, glaube ich, ne? Straßenfahrzeug 29. Ach, hier sind nur schlechte drauf, okay. Was haben wir denn an Geld? 105.000. Und der kostet 33. Ja, komm, den ersetzen wir mal. Eigentlich müssten wir da noch mehr ersetzen, dann, ne? 5 bringt der. Und der bringt auch 5, aber, ja, der hat eine andere Leistung, ne? Wenn ich den ersetze, kostet mich das. Ach so, weil der neu ist. Aber das ist auch nervig jetzt hier, ne? So. Und dann brauche ich 35.000, um den zu ersetzen, okay. Aber der hat, das bringt mir nichts, ne? Es ist von der Güterzahl das Gleiche. Klar, die sind eine ganze Ecke schneller vielleicht dann. Das könnte sein. Ja, müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir mehr Geld auf der Kante haben, ne? Wieder am Rand gehen, denke ich, oder? Es wäre noch zu interessant zu wissen, wo die letzten beiden von der Linie da fahren. Wo ist das? Okay, der hat geladen und bringt die erste Fuhre weg. Da müssen wir mal gucken, was das an Geld bringt. Der ist doch jetzt schon auf dem Weg dahin, ne, oder? Ich glaube, der muss hier lang. Ja. Dann schauen wir mal, oder? Wenn er da ablehnt, wie viel Geld das bringt. Ob der hier die 6.500 dann plus werden. Wahrscheinlich nicht, weil der um den ganzen Berg da rumfährt, ne? Müssen wir dann gleich mal gucken. Jetzt muss er gleich irgendwann rechts abbiegen, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Gar genau C40. Oh, der fährt schon 40 kmh, der Bus. Das ist nicht schlecht, ne? So, der ist rechts abgebogen. Der muss jetzt hier irgendwann gleich ins Bild kommen. Und dann interessiert mich, ob diese 6.588 blau wären. Okay, da war noch eine Doppelkurve oder so. Kann jetzt nicht mehr lange dauern, meine ich. Da kommt er gefahren. Wir sind gespannt. Und da ist einer Kirre von dem Vogelschwarm, seht ihr das? So, und jetzt? Oh, 15.000. Das ist dann interessant, wie er sich jetzt entwickelt, wenn er dann zurückfährt und so, ne? Okay, wäre schön, wenn er jetzt hier fährt. Vielleicht fährt der, ah, der fährt da. Aber wenn wir ihn nach da schicken und er würde hier hochfahren, nach da. Und dann nach da. Ne, lass mal, das bringt nichts. So viel Umweg. Ja, obwohl er ein ganzes Stück dann, ja, mitnehmen würde, ne? Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen Grund reinkriegen mit dem Geld. Das sieht auch so aus, als ob das klappt, weil wir renovieren ja oder erneuern ja unsere Fahrzeuge alle und wir sind immer noch immer irgendwie im Plus. Ne, das ist schon mal gut. Einziges, was wir mal machen sollten, vielleicht mal Geld zurückzahlen, weil die Zinsen sind ja auch nicht zu verachten, ne? Aber naja, da müssen wir sparen für. Und hier stehen sie dann noch. Und wir müssen definitiv die anderen Züge noch ganz klar verbessern. Und vor allem unser Fahrgastaufkommen wird wahrscheinlich auf Dauer ja auch zurückkommen. Weil, äh, wenn die so schlecht fahren, wollen die ja auch nicht, ne? Denke ich mal, ne? Das ist das Nächste. Der fährt schon da lang. Okay, das müssen wir mal im Auge haben, ne? Gibt es da eigentlich eine Summe, die man sieht, wie viel man noch aufnehmen kann? Nein. Ach, da steht es doch. Maximal Darlehen, oh, 30.000. Vielleicht sollten wir doch in einen zweiten Zug hier investieren. Wir stehen da unten. 83. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wir würden mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.